ihr habt keine ahnung wie schlimm es noch wird die biker boots sind wieder zurück das ist so ungefähr diese twilight vampire diaries zeit gewesen da gab es diese boots die so ein bisschen breiteren schaft hatten und mit so ganz vielen nieten und so ein bisschen abgenutzter als nächstes diese seidenartigen bademäntel und schlafanzüge die von victoria's secret obwohl victoria's secret ein bisschen am abkacken ist aber die bademäntel von denen kommen wieder zurück next one die micro micro mini skirts ich meine die bei denen man euren flaumenkuchen und eure honigbäckchen sieht weil die so kurz sind ich habe auch fünf davon im schrank die bedecken wirklich gar nichts aber sie sind schön und by the way was komplett unerwartetes skinny jeans sind immer noch out sorry der musste rein ich glaube schon morddrohungen bekommen wegen skinny jeans und natürlich sind alle total aus dem häuschen weil olivgrün wieder als farbe kommt